Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide für die Erfolge in der Warfront präsentieren. Und dazu wollen wir uns alle Achievements angucken, die wir unter den Reiter Erweiterungsfeatures und dann Kicksanstrengungen sind. Und bevor wir das aber machen, will ich euch kurz erklären, was die Warfront ist, beziehungsweise wie man sie spielt, dass vielleicht der ein oder andere so ein bisschen den Überblick hat. Also, die Warfront ist ein Feature, wo man sich queuen kann, wenn die eigene Fraktion gerade die Warfront am Angreifen ist. Ja, jetzt hier die erste Woche, wo man sie spielen kann, greift quasi die Horde einmal die Warfront an und die Allianz ist die Fraktion, die die Warfront besitzt. Man kann dann quasi queuen, das kann ich euch jetzt mal kurz beim Allianz-Chart zeigen. Es gibt hier einen Tisch in Boralos, beziehungsweise auch in Dazar-Alor, der Hortenhauptstadt. Und hier könnte man queuen, aber die Horde greift gerade an und ja, deswegen kann die Allianz nicht queuen. Ich kann euch auch mal kurz zeigen, wo das bei der Horde dann einmal ist. Und zwar, wenn wir jetzt einmal halt auf Dazar-Alor gehen, hier, dann haben wir da unten so einen Tisch, wo wir auch rein queuen können. Sobald wir hier reingecueht sind, ist es bei beiden Fraktionen gleich. Man startet auf ein Luftschiff und springt in seine Base rein und säubert die erstmal und dann muss man zwei Punkte einnehmen. Und zwar einmal die Mine und einmal dieses Holzarbeiterlager ist bei der Allianz dann einfach parallel quasi hier versetzt bei der Allianz drüben. Die beiden braucht man, dass man Ressourcen sammeln kann. Bei der Mine kann man einfach Mobs umhauen, beziehungsweise Loren klicken und kriegt Erz. Und hier bei dem Holzarbeiterlager kann man, muss man auch so eine Quest machen mit einer Axt und dann kann man einfach hier Bäume fällen. Läuft man hier im großen Bereich rum, fällt Bäume, kriegt Holz. Wofür braucht man das Zeug? Und zwar seht ihr, wir haben hier Gebäude, die sind am Anfang alle kaputt und die muss man aufbauen. Und zwar kann man da hingehen und dann, ja, Erz beisteuern, wie ihr seht, oder Holz beisteuern und baut diese Gebäude auf. Ihr seht, hier fehlt jetzt noch relativ viel Holz. Holz braucht man nur am Anfang, um die Gebäude aufzumachen. Erz braucht man dann auch später und Erz kriegt man halt auch durch diese Kiste hier. Und zwar, wenn wir die aufmachen, kriege ich jetzt 48 Erz. Das stackt auch ständig hoch. Ihr seht, warte, wenn ich jetzt hier die Timer wegklicke, hier im Klammern, das ist das, was hochstackt und das ist das, was ich wirklich habe. So viel zum Grundverständnis. Und das Ziel des BGs ist es einfach, die beiden Sachen zu holen, Gebäude abzugraden. Dann kann man auch Einheiten herstellen und dann greift man hier diese einzelnen Punkte an, die man quasi erobern muss. Das läuft immer so, dass ein Haufen Gegner im Lager sind und wenn man den Kommandanten getötet hat, kann man umflecken, wie in einem BG. Und dann hat man selber die Base und kann weiter vordringen und am Ende kann man hier in der Burg einen General töten und dann hat man gewonnen. So ist das Grundprinzip. Ich werde es nachher auch noch ein bisschen genauer zeigen, bloß, dass ihr jetzt das Folgende versteht, wie die Achievements abgeschlossen werden. Das erste Achievement, das wir haben, ist Krieg ist die Hölle und für dieses müssen wir die Schlacht abschließen. Heißt einfach, den Stuff machen, den ich eben gesagt habe, alle Basen einnehmen und dann am Ende quasi den General umhauen und dann hat man gewonnen. Das ist so mal das erste Achievement, was ihr machen könnt. Dann das zweite ist Geborener Anführer und hier müssen wir alle fünf Einheiten rekrutieren. Und wie das geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier Grunzer, Axtwerfer, Schamanen, Räuber und Verwüster. Und als erstes gehen wir mal hier zum ersten Gebäude, das ist das hier. Und dort können wir, jetzt haben wir es gerade abgegradet, seht ihr das? Jetzt ist es größer geworden. Hier können wir verschiedene Einheiten herstellen und zwar, seht ihr, brauchen wir immer Materialien. Und zwar sind es hier 20, 30, 50 und nochmal 50. Und ihr seht schon, man braucht, um die Einheiten herstellen zu können, bestimmte Sachen. Hier braucht man zum Beispiel zirkelte Elemente, um diese Schamane herzustellen. Das ist das hier und die anderen Unterpunkte brauchen quasi Aussagen. Ich glaube, hier Neuhof braucht man, um diese Reiter herzustellen, oder? Die Wölfsreiter waren es, glaube ich. Also sprich, ihr müsst diese verschiedenen Lager einnehmen und dann könnt ihr verschiedene Truppen herstellen. Und jetzt stellen wir zum Beispiel den her für 50 Ressourcen und dann haben wir so einen Buff drauf, dass wir den Typen bei uns haben. Jetzt können wir zum Beispiel auch noch einen Axtwerfer holen. Und ihr könnt gleichzeitig aber immer nur zwei haben. Und ja, ihr müsst halt einfach gucken, vielleicht auch in mehreren Schlachten oder in einer, je nachdem wie ihr es hinkriegt, dass ihr euch dann jedes einmal holt. Und dann habt ihr auch dementsprechend das Achievement. Hier waren jetzt aber nur vier Stück von fünf. Es gibt nämlich noch einen letzten, und zwar der Verwüster. Und das ist hier das Lager. Hier müsst ihr aber ein bisschen gucken, sobald das Gebäude fertig gebaut ist, müsst ihr sofort draufdrücken. Denn es können nur drei Verwüster gleichzeitig ab sein. Und die seht ihr hier auf der Karte, es sind immer drei. Also sprich, wenn ihr das Achievement schnell haben wollt, solltet ihr gucken, dass ihr 80 Ressourcen spart. Und sobald das Gebäude fertig ist, diese Werkstatt sofort euren Verwüster sichert, weil die gehen eigentlich nicht kaputt. Bloß wenn ihr extrem scheiße spielt, gehen die Dinger kaputt. Und dann könnt ihr halt gucken, dass ihr dementsprechend euch schnell einen hier baut und dann dementsprechend eure Achievement fertig habt. Die beiden Erfolge sind ziemlich einfach. Das ist kein Problem. Das ist richtig, richtig easy. Jetzt kommen wir zu den ein bisschen schwierigeren Erfolgen. Und zwar erobert alle Orte in der Schlacht um Stormgard, beziehungsweise es gibt eine unterschiedliche Tiefen, dass man einen Ort erobern muss. Und ihr seht, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Orte. Und das sind eins, zwei, also erstmal das Hauptlager. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind die sieben Orte hier. Und wie erobert man die? Wie ich es vorher schon gezeigt habe, es gibt immer einen Hauptmann und einen Haufen NPCs. Wir haben jetzt hier, seht ihr, die sind alle rot, alle von der Horde erobert. Die haben wir schon, ja. Und hier ist die Flagge, die ihr umflaggen müsst. Und der Hauptmann von der Horde steht jetzt, ist das der? Ja, das müsste der Hauptmann hier sein. Also wenn die Allianz jetzt kommt, die NPCs und den umhauen, könnten die hier umflaggen, aber in den seltensten Fällen passiert das. Jetzt können wir hier auch mal gucken. Hier haben wir den Hauptmann wieder. Und dann können wir hier die Base umflaggen. Wichtig, nee, das ist gar nicht der Hauptmann, oder? Ich weiß es gar nicht. Doch, das müsste der Hauptmann sein. Wichtig für euch ist, wenn ihr das Achievement machen wollt, dann müsst ihr so ein bisschen, naja, ein Ninja sein. Das heißt, ihr kämpft nicht unbedingt mit. Ihr stellt euch sofort in die Flagge hin und spammt die durch. Und sobald ihr fällt, kriegt ihr das. Ihr könnt natürlich auch ganz normal kämpfen und dann schauen, dass ihr das schnellste seid. Aber ich kann nur raten, wenn ihr das Achievement machen wollt, dann spielt das ein bisschen assig. Und ihr braucht, dass ihr euch gleich an die Flagge hinstellt und die anderen den umboxen lasst und sofort draufklickt, dann kriegt ihr es. Ich habe hier ein bisschen gebraucht, um das Achievement zu machen. Zumal hier, das war die letzte, die mir gefehlt hat. Da war ich in der Flagge gestanden, habe schon draufgespandt, so auf die Flagge. Und dann hat mich ein Priester weggecrypt und ein anderer durchgeklickt. Das war ein bisschen fies, ja. Gut, soweit zu dem Achievement. Also, wie gesagt, alle Basen einmal einen nehmen, auf die Flagge drücken und dann habt ihr das. Eigentlich nicht sonderlich schwierig. So, dann gucken wir uns das nächste an. Und zwar haben wir hier, dass wir jeden Rare einmal killen müssen. Das ist das, was mich am längsten gekostet hat, zeittechnisch. Und zwar habe ich, glaube ich, 50 BGs dafür gemacht. Wo sind diese Rares und wie funktioniert das? Diese Rares kennt ihr, die meisten davon, außerhalb im normalen Arati, die ihr auch so umklopfen kann. Die zählen aber nur in der Warfront, also in diesem instanzierten BG. Und da ist es so, dass hier außenrum diese Sterne aufploppen können. Es sind etwa eine bis zwei pro Schlacht. Teilweise habe ich auch gar keinen gesehen, aber meistens im Durchschnitt sind es eins bis zwei pro Schlacht. Und zwar ist dann mal hier ein Stern, hier. Das sind einfach irgendwelche Rare Mobs, die müsst ihr umklatschen. Und dann kriegt ihr irgendwelche Buffs, die kriegt ihr Sourcen. Und solche Sachen, also die lohnen sich auch immer mitzunehmen. Es gibt auch so Elementare, die heißen alle Goliath. Wenn ihr die umhaut, dann kämpfen die auf eurer Seite. Also ich klopfe die halt low auf 1%. Dann kriegen sie wieder full life und dann rennen sie gegen die gegnerische Festung. Und das lohnt sich schon. Es ist aber halt immer random, wer da ist. Und teilweise dauert es halt ewig, bis ihr die letzten zusammenkriegt. Das fiese ist, dass eine Karawane, die startet bei der Horde hier. Und die müsst ihr in die Base begleiten. Und ihr müsst alle Gegner um diese Karawane töten, dass sie reingeht. Und die müsst ihr wirklich aktiv beschützen, sonst kriegt ihr sie nicht. Die anderen Rares geht eigentlich. Da müsst ihr halt bloß gucken, wenn sie ab sind, dass ihr schnell hingeht. Und dass sie nicht gekillt werden, bis ihr quasi am Ort seid. Und soweit ich gelesen habe, wenn ihr aufgemautet seid, dann kriegt ihr sie nicht. Also ihr müsst sie auf jeden Fall einmal taggen, dass ihr sie kriegt. Wie gesagt, ich habe etwa 50 BGs gebraucht, bis ich alle hatte, um das Achievement fertig zu kriegen. Ist eine nervige Angelegenheit. Und dann gibt es hier noch ein Achievement, das ich selber noch nicht habe. Und zwar ist das das hier. Besiegt diese feindlichen Kommandanten. Und ich habe bis jetzt nur den Troll-Bun. Es scheint, also wie gesagt, ich habe 50 BGs gemacht. Es war 50 Mal der Troll-Bahn da. Es scheint so zu sein, dass jede Warfront, also jedes Mal, wenn eine Warfront neu kommt, die ihr angreift, dass ein Kommandant die ganze Zeit da ist. Und dass nächstes Mal, wenn ihr angreift, ein anderer sein kann. Das heißt, ihr geht die Woche rein und die Warfront geht, glaube ich, immer sieben Tage, dass ihr sie spielen könnt. Dann wird es immer der gleiche Kommandant sein. Außer ich hatte 50 Mal Pech und das kann ein Sohn, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist immer ein Kommandant. Und das müssen wir halt über mehrere Wochen warten, bis wir die richtigen Kommandanten haben. Es ist blöd. Man kann aber nichts machen. Genau. Das sind die Achievements, die in der Warfront sind. Und dann gibt es hier noch ein paar andere Achievements, die abseits von der Warfront sind. Eins ist, dass man fünf Champions akquirieren muss für den Tisch. Das kann ich euch jetzt hier mal ganz schnell beim Dings zeigen, bei meinem Char, der nämlich hier rumsteht. Dafür, diese fünf Champions sind einfach die Champions gemeint für diesen Missionstisch. Also sprich, diese Champions. Und den fünften kriegt man, wenn man die Warcampagne abschließt. So einfach ist es. Das habe ich so bei Horde Allianz, auch aus der Allianz gemacht. Bei der Horde, nee, bei der Allianz ist es hier die siebte Legion. Das ist diese Fraktion hier. Und bei der Horde sind es die Eidgebundenen. Da ist es diese Fraktion hier, Eidgebundene. Und die müsst ihr einfach nur auf Respekt vollkriegen. Dann könnt ihr das abschließen. Und dann haben wir noch eins, zwei, drei, ich glaube vier sind es sogar. Habe ich jetzt schon mal eins fertig? Es müssten eigentlich vier Achievements sein. Das kann ich beim Allianz dann nochmal zeigen. Ah ja, da habe ich eines mehr abgeschlossen. Da müsst ihr Missionen machen. Und das sind die Missionen hier am Tisch. Also das sind diese Tischmissionen. Hier das Zeugel hier. Und die müsst ihr alle abschließen, die da drin stehen. Und dann kriegt ihr auch diese Folge. Also ihr seht, hier folgende Missionen. Hier fehlt mir jetzt nur eine. Da fehlt mir jetzt nur eine. Und ich glaube ja, da habe ich schon eins fertig. Da habe ich hier alles. Oder waren es drei? Hier waren es drei, glaube ich. Genau. Also das ist nicht sonderlich schwer. Das ist halt ein bisschen zeitabhängig. Ich würde euch vielleicht raten, zieht euch die hier wie ich an der Seite raus. Und dann könnt ihr mal gucken, welche Missionen brauche ich noch. Die schließe ich halt ab. Und fertig ist es. Also das ist halt einfach eine Zeitfrage. Und ja, das mit den Kommandanten. Da müsst ihr wahrscheinlich halt, wie so wie ich, einfach ein paar Wochen warten, bis die richtigen kommen. Ist ein bisschen dumm. Das anscheinend jede Warfront-Woche immer nur einer da ist. Aber was will man machen? Genau. Das waren soweit die Achievements. Mehr ist es eigentlich nicht. Das Gefrickel ist halt einfach hier mit den Rares. Leider ist jetzt keiner mehr gespawnt. Aber diese Sterne, die seht ihr. Ihr müsst halt einfach die Map immer mal wieder aufmachen. Manchmal sagt dieser Goblin in der Stadt auch. Also ihr habt unten eine Info, so eine Box dran. So ein Gespräch. Da sagt er euch, ja, kümmert euch um den und dem Rare. Also das wird auch manchmal angesagt. Aber soweit ich es gesehen habe, nicht bei jedem. Und vor allem auf die Karawane, da solltet ihr achten. Da ganz schnell hin. Weil die wird von der Allianz umgeboxt. Und da müsst ihr ein bisschen gucken. Wir können jetzt, weil wir ohne meines Zutuns, muss ich natürlich sagen, schon beim Endboss sind, kann ich euch den auch nochmal schnell zeigen. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich wieder der Trollwahn sein. Ihr seht, ich habe auch schon wieder 200 Ressourcen in meiner Kiste. Also das Erz braucht ihr nicht farmen. Das kriegt ihr so raus. Holz müsstet ihr halt farmen. Da haben wir den Trollwahn. Ich würde sagen, wir tun ihn jetzt noch zum Abschluss des Videos einmal umnutzen. Und dann zeige ich euch, wie man ein 380er Item rauskriegt. Nein, der droppt eigentlich nur 340er, aber es kann hochrollen. Und dann nehmen wir das noch zum Abschluss des kleinen Videos. Jetzt muss ich bloß mal noch schauen. Es scheint mir so, ob das halt nicht server, nicht server, nicht fraktionsübergreifend ist. Also mit der Allianz habe ich ja schon eins von diesen abgeschlossen. Bei der Horde habe ich es quasi nicht. Also von dem her müsste das extra machen. Und was haben wir gekriegt? Wir haben einmal Azerid gekriegt, 150. Und einen Rücken, 340. Uh, mit Sockel. Aber das lohnt sich nicht, weil ich da schon einen höheren habe. Gut. Das war es mit einem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir gerne, was ihr von den Warfronts haltet, beziehungsweise von den Erfolgen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video, wenn ihr wollt. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.